Hallöchen und willkommen zurück hier bei eure Mutti bei Werner mal wieder ein 2 vs 2 in der neuen Season mit dem neuen Patch. Richtig. Wir müssen uns erstmal ranken. Genau, wir haben es noch nicht gerankt und ich denke mal wird wieder ein harter Weg bis dir, äh bis Meister. GG, er treibt noch GG. Ne, was spielen wir überhaupt? Wir spielen gegen Zekthodos, hab ich doch dir gesagt. Irgendwie leckst du bei mir gerade. Ist schlecht. Oh, bei mir auch. Na, das bin ich jetzt, weil ich leck. Bestimmt. Kannst du das nicht so lecken? Aber ich leck doch so gern. So, was spiel wir denn, was spiel wir denn. Tja, wir gucken erstmal auf die Cheaten, äh Cheesen. Die Cheaten, genau. Die haben jetzt Cheat-God-Mode. In der Konsole eingegeben. Können wir nur noch polieren. Frühe Sonde. Oh, ne, die ist eigentlich normal. Das ist halt nur das Gas nicht klauen lassen. Also ich jedenfalls. Hast du die Sonde im Blick? Ja, ist bei mir. Ich hab mich angehittet. Mal gucken, was sie spielen hier. Sieht nach frühen Full aus. Ne, doch nicht. Ne, er hat ne Exe irgendwo draußen. Oh, das ist ein Dorf-Gas. Jetzt erst Doppel-Gas. Okay. Ich hab ein Gas schon viel, viel weiter. Ja, er hat mit mir halt rumgespielt, ne. Der hat meine Drohnen angehittet. Hm. Hä, wieso hat denn der schon seine Drohnenrunde gerallytet? Obwohl... noch gar nichts... Ich dachte, der muss ja irgendwo eine Gold haben. Das wird doch jetzt ganz komisch. Ich hab's noch ein Doppel-Gas. Ich hab's noch ein paar Legere. Ich hab's noch nicht der Gold. Ach, wir haben's noch kein Gold. Ich hab's noch nicht. Wenn's noch nicht. Ich hab's noch ein paar Länge. Ich hab's noch nicht. Ich hab's noch nicht. Ich hab's noch keine Gold. Opening. Aber du hast Supply Block, oder? Ach nee, du hast schon losgeschickt. Ja, hab schon losgeschickt. Ja, ich hab ihn Supply Block, aber trotzdem. One Ways all in. Von dir oder was? Nee, von mir. Na, Queen? Bist du langsamer? So soll es geschehen. Eure Verbündeten befinden sich im Kampf. Gib uns einen Auftrag. Ja, Expo werden wir gebraucht. Vorwärts. Oh, Stalker. Komm nicht hoch, der soll mir zu. Oh, nicht wild, dann kommen die Exe halt weg. Eure Verbündeten befinden sich im Kampf. Nimm ich so noch eine Exe. Oh mein, jetzt ist aber offen, ne? Oh, da sind wir drin. GG. GG. Das war ja easy. Das war echt easy. Da können wir gleich noch eins dranhängen, oder? Gar nicht so gut. Guck mal, was wir gerankt sind. Die A1. Gab's nicht mal ne schöne Animation, ne? Nee, ich glaub keine schöne Animation. Mal Meister 3 weggemacht. Oh nein, wir sind nur noch die A1 und haben einen ganz langen Balken vor uns. Ja, einen ganz, ganz langen Balken. Und die sind natürlich Meister 3 gerankt, ne? Ja, die waren doch viel, viel schlechter. Die waren Meister 3. Tja. Na los, drück an hier. Na dann feuerfrei. Müssen wir auch noch eins dranhängen, das war viel zu kurz. Ich wollte eigentlich gar kein Olin spielen, aber irgendwie ist das dann doch gekommen. Aber ich glaub, Adepten sind ganz gut gegen Zerg, äh, Protoss. Wenn wir da reinkommst. Naja. Wie gesagt, dass der Zerg halt da draußen die Ex hat, ist halt doof, ne? Können sich gleich verteidigen. Naja, klar. Und der Protoss hat da halt schönen Stalker, noch freuen sich meine Linge. Ja. Ja, gegen Protoss, Zerg ist Stalker nicht so gut dann, glaub ich. Nee. Weil wie gesagt, es kommt auf jeden Fall Linge beim Zerg. Naja. Also am Anfang. Naja. Ist ja dann schon noch Konto gegen Stalker. Ja. So, und dann sind wir auch schon wieder zurück in der zweiten Runde. Genau. Jetzt gegen, äh, Protoss, Zerg. Running Loop hat man eigentlich vorhin schon und Gozu Goich. Keine Ahnung. Das weiß ich halt nicht. Nee, das hat man wirklich noch nicht. Das Bild sagt mir nicht, die so komische. Smiley. Smiley nach unten. Aber die Map hat man halt schon, ey. Okay. Ja, es gibt halt nur eine neue Map. Ja. Und die ist gut oder schlecht oder? Weiß ich nicht. Ich hab's noch nicht angesehen. Wie gesagt, da neue Patches draußen, es hat sich endliches geändert. Ja. Deswegen ist auch vielleicht das Spiel ein bisschen anders. Ja, das stimmt. Ich bin auf jeden Fall ein Freund von Flieger geworden. Du spielst auch fürs Flieger. Auch im Eins-Ging eigentlich. Was? Ja. Du spielst Flieger. Ja. Jetzt, wo die Flieger scheiße sind, spielst du Flieger. Dafür sind die Tempes richtig geil. Ja, die sind brutal gut, ja. Ja. Und die Voltres sind auch besser geworden. Äh, da kam schon ne Sonne oder irgendwas sonst. Echt jetzt? Ja. Und bei mir sind sie noch nicht rein. Achso, sie stehen noch draußen. Doch jetzt ist sie bei mir. Alles schick. Okay. Terhana. Eingas. Echsen noch nicht, ne? Nö, nö, nö. Nö, nö. Das ist zu früh. Naja, Echse first. Erkennt's nicht. Gibt's. Kann man schon mal gemacht, aber es ist halt nicht so... Es ist überhaupt noch groß. Doppelgas, ein Gate. Da geht nichts. Juri, das muss ich... Bailing, den Bailing. Nö, nö. Nö, nö. Nö, mal gucken, was passiert. Das ist auch bei dir, oder? Der ist bei mir gerade gewesen. Ich schmiede keiner nicht. Ist ja okay. Na los Pool. Mach hin. Na los. Na los. Da haben wir schönes vor, wissen wir noch nicht. Nö. Auf jeden Fall welche Echsen. Eure Sonden werden angegriffen. Gehen wir auf den Sack. Hast du den endlich? Ne. Jetzt ist weg. Gehen wir in die Schatten. Müssen wir jetzt da gehen bauen. So, injecten. Injecten. Was denn? Was vergisst du? Ich hab grad nur... Ne, ich hab grad was... Verkackt. Ja, ja. Ich hab's auch schon verkackt. Eigentlich hätte ich ein Stalker bauen müssen. Nö, ja. Ihr habt nicht gelügend Mineralien. Kann dir halt leider noch keine Ressourcen geben. Ne, ne. Ihr habt nicht gelügend Mineralien. Aber du spielst Flieger. Naja, aber mein Bild ist grad für den Arsch. Natürlich nicht so toll. Ist halt so. Wenn der Bild im Arsch ist. Ich nehm mal die dritte Schnelle. Ob wir mal in der Linie sagen hier vorne. Und? Er spielt Crown Units. Okay. Stalker. Es war alles dabei. Stalker. Adept. Schildbatterie. Wie ist das auch noch hier? Deine Sentry. Sentrys. True Berserker. Okay, das ist nicht so toll. Nicht genügend Energie. Ich hab nur ein Problem. Ne, hab ich da grad ne Echse gebaut. Ich dachte, ich kann keine Probleme haben. Dritte haben sie auch noch nicht. Oh, ich hab ein Problem. Wackel. Das hab ich nicht gesehen am Anfang. Das hab ich nicht gesehen am Anfang. Die Basis unserer Verbündeten wird bedroht. Unserer Verbündeten befinden sich. Unserer Verbündeten befinden sich. Die Basis unserer Verbündeten haben. Ich hab das verbündeten. Ich bin nicht genügend Energie. Ich hab das batterisch. Ich hab die Schmerzen. Ich hab die Schmerzen. Ich hab die Regen. Ich hab die Schmerzen. Jo, das ist nicht so geil wie nix. Wie gesagt, das Orakel hat mir schon das Spiel gekostet. Jetzt füße ich mir den Obernutzjahr. Wie ichs hasse Obernutzjahr. Zieh ich mir lieber alle zurück. Ich hab grad mal 2. Jetzt hab ich 3. Oh, jetzt kommt noch eine Tür. Ich werde aufziegen. Teleportation erfunden. Schahazul du Templari. Nicht gegen LV. Hat er sonst nix weiter bekommen, aber trotzdem. Bei mir zumindest nix weiter. Ich muss dich gegen die Terraner werden dann. Ich glaub ich sag gar nicht was der macht. Ist ja das Problem. Was ist denn hier für 4? Auf Upgrade ey. Nicht durchstreiten. Ich hab theoretisch gleich fangen oder nicht. Ich hab theoretisch gleich fangen. Ich hab theoretisch gleich fangen oder nicht. Oh, keine Minerals ey. Oh nicht. Teleportation erfolgreich. Ihr habt nicht gelügend Mineralien. So nochmal hoch drohen. Ich füge mich. Ne Fungle geht immer noch nicht im einigraben Zustand. Ne? Ne. Schade. Man kriegt Teide. Kann ich nur die für solche rufen. otisch? Auf Entschwingen der Gerechtigkeit. Schahazul du Templari. Na Gott, sagt er er allein. Mhm. Jetzt fühl ich hier nicht. Verstarrung. Ach ja, hast du noch Powis Cadduber psur ist. Auf den Sk seni rufen. Das ist fürôs New Glon. Untit ist immer einiger Fall. Ich bin hier, ich bin Schatten. Nicht genügend Energie. Dies muss gehen. Ja, kommt der Charame. Ich bin hier, ich bin hier. Müssen wir ja nicht, ich muss das mal machen. Was ist hier? Oh, Panzer wird auch. Ist das gut, hier hochzugehen? Keine Ahnung. Kann ich nicht. Wollen wir noch aufmachen? Hinten beim Podos? Ja. Jetzt kommen sie. Wollen das Tempest? Ja, das sind meine Tempest. Nicht genügend Energie. Ihr benötigt mehr Wissen. Genetische Matrix Aktiv. Jetzt können wir doch von hinten kommen. Das ist immer eine Arschkarte. Wir brauchen mehr Overlords. Komm mal. Uh. Gut. Ich hoffe, dass ich mir den Tempest hier nicht schwächste. So gut. So ist der gerade seinen Gänsen zerreißt. Eigentlich trotzdem nicht. Ich will zurückziehen. Der Rana hat noch zu viel. Ich bin hier. Hast du mit diesem Gätschoppchen hergegeben? Ja, warte. Na, bitteschön. Danke. Kann ich den Tempest spawnen. Ich 됩니다 spawnen auch nicht schlecht, die Fangler. Sie fangen immer gut, ja. Die Fangler war gut, ja, oder? Ich bin das Herz, ja. Ich hab ja schon einen Baily Nest. Mensch, warum... Da kommen ganz, ganz viele, ne? Ich hab zu wenig für. Ich schieße, mein Tim ist kaputt. Der hat auch besser Upgrades als ich. Ja, der war noch besser als ich. Das wird wohl nichts mehr werden. Ich bin die Stimme, ich bin die Eier, ich bin die Schatten. Das ist noch ein bisschen Gas mehr, gell? Ja, das ist wirklich. Ihr benötigt mehr Vespigas. Die Basis eurer Verbündeten wird belagert. Nicht genügend, ihr benötigt. Eure Verbündeten befinden sich im Kampf. Faszinierend. Wir sind aber echt hart geworden, oder? Ja, wir sind halt über die Range, ne? Ja, ja. Ich bin die. Sehr, Meiser. Ich bin das Herz der Vier. Ich bin nicht gerade hier in der Nähe von. Da kannst du unbedingt die Ex sein. Ohne die bin ich sonst nicht gleich tot. Jetzt hätte ich die Frage auf die Wurse noch Gags haben. So, ich brauche jetzt Vipern. Hohre. Ich sehe es. Ja. Oh. Ja, nur Panzer, oder? Dann schießt du auf die Panzer, auf die Tempust. Nein, egal. Weißt du, ich schießt auf die Tempust. Guck mal nur durch, bis auf die Tempust. Die Temp ist noch jetzt das Problem, aber die haben eine bessere Range. Ja. Oh, ich spüre, der Raum schon wieder nachgepumpt hat. Das ist ja das Problem. Ich habe jetzt keine Minerals mehr. Kein Tempest mehr. Ja, komm mal rausgehen. Ich habe jetzt keine Minerals. Ja, das bringt ja nichts. Ich habe dir ja noch die Tempest nicht weg. Ich habe hier noch welche Void Rays gebaut. Nein, egal. Bei Zerg sind Tempest nicht gleich richtig beschissen geworden. Gegen was? Gegen Zerg? Ja, ich habe hier noch die Echse. Also für Zerg. Die haben halt vorne die Echse jetzt noch. Na ja. Wir sind erschöpft. Kann man nicht machen. Jetzt haben wir mal gescannt da oben. Mineralien fällt. Dann kann ich ja nie nachproduzieren. Na, stimmt, dass die Tempest. Was? Nicht viel besser geworden. Boah, was? Mineralien fällt. Erschöpft nicht genügend Energie. Nein. Die kann ich die jetzt wieder geben. Das habe ich wieder genug. Ah, ich kippe gerade meine Tempest. Jetzt kriege ich eine ganze Zeit. Da fokussen mich ja komplett gleich. Ich kann mal rausgehen. Dagegen kommen wir nicht mehr an. Schick dir eine Linge vor. Ja, eine Kombination mit Terranos ist schon nicht asozial. Ja, GG. Da kannst du rausgehen. Schade. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der Endcard. Genau, bis dahin. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.